Herzlich willkommen bei Clash Shift, dem Sonderformat zum Marktupdate. Ich bin Andres Dippo, ihr seid auf dem comdirect-Kanal und natürlich mit dabei Philipp. Hallo. Ja viele Fragen stellt ihr uns immer in dem montäglichen Marktupdate hier auf dem comdirect-Kanal und wir können natürlich nicht auf alle Fragen eingehen, weil wir es einfach in dieser Kürze der Zeit, ist ja nur eine Stunde montags, nicht schaffen alle Unternehmen zu besprechen. Deswegen haben wir jetzt dieses Format Clash Shift in die Welt gesetzt gerufen, um genau auf die Fragen, die sozusagen übrig bleiben, eingehen zu können. Das machen wir heute. Ich rede gar nicht daran, sondern Philipp stellt mir gleich die Fragen. Ja, dann fangen wir damit an. Und zwar die erste Frage ist eine allgemeine, nämlich welche Papiere sind die Haupttreiber der Zukunft für den Fintech-Hype? Ja, eine schöne Frage. Fintech-Hype hat ja dafür gesorgt, dass zum Beispiel das Online-Payment und viele Banken in die Bedrohung gekommen sind, unter Druck gekommen sind und das Online-Payment profitiert hat. Zum Beispiel etliche Unternehmen wie Worldline oder Paypal haben natürlich gute Kurs-Performances vollzogen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und ich glaube, dass wir hier in Richtung Datenanalyse, Datennutzung gehen werden. Das heißt, zukünftig wird der Kunde, gerade im Bereich Fintech, alles was das Thema Payment angeht, natürlich mehr Service in Anspruch nehmen wollen, die Übersichtlichkeit von Kontodaten, von Geldflüssen und so weiter und so fort. Alles, was sozusagen in diesem Bereich zu tun hat, wird auch zukünftig verstärkt nachgefragt werden. Wir haben aber auch das große Thema Wertpapierhandel. Das ist ja im weitesten Sinne auch ein Fintech, wenn man es so will, oder ein Fintech-Thema. Viele Zero-Commission-Broker, Neo-Broker kommen und bieten günstige Dienstleistungen im Wertpapierbereich an. Ich denke, dass auch das natürlich weiter ein Thema sein wird und sich noch verstärken wird, weil das Thema Geldanlage insgesamt natürlich ein Trendthema ist. Also es ist ja nicht nur ein Generationsthema, sondern natürlich auch die Generation überschreiten. Das heißt, Altersvorsorge, junge Menschen wollen halt was ansparen für das mittlere Lebensalter, Familiengründung etc. hat alles damit zu tun. Von daher sind das auf jeden Fall die Themen, die weiter im Ausschlag geben und als Trendthema natürlich bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Augenmerk hauptsächlich in Richtung Datenanalyse gehen wird. Das bedeutet, dass das Datenwerk, was die Banken haben, eigentlich das eigentliche Gold ist. Das bedeutet, wenn man dieses Gold heben kann, natürlich auch so, dass es dann datenschutzkonform ist. Das heißt, keiner möchte ja, dass die Kontodaten irgendwie bekannt werden, ausgelesen werden. Aber wenn man irgendwie merkt, okay, da ist jemand, der sehr stark bei Online-Plattformen unterwegs ist, also online-affiner Käufer ist, warum nicht dann auch Angebote aus diesem Sektor zur Verfügung stellen und damit so eine kleine Filterung zur Verfügung stellen. Aber natürlich nicht jetzt insgesamt darauf eingehen, dass man genau weiß, Philipp kauft sein Hundefutter bei Amazon und zwar immer die gleiche Marke Pedigree. Also bietet jetzt Ebay ihm Pedigree-Parl an. Also sowas würde mein Hund überhaupt nicht anrühren. Der braucht edelstes Futter und das kriegt man nicht bei Amazon. Kobe-Steak. Darunter tut er es nicht. Wer hat, der hat. Das ist ein kostspieliger Hund. Sehr kostspielig, genau. Also ich denke, das sind so diese drei Hauptthemen. Online-Payment sozusagen, ein bisschen convenient, ein bisschen bequemer zu machen. Brokerage natürlich weiterhin ganz klar als Thema. Und das dritte Thema Datenanalyse, Datenauswertung und sozusagen die Nutzung von Daten. Oh, sind wir schon soweit. Ja gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, ein entspannendes Thema. Cannabis. Kann entspannt sein, muss es nicht. Je nachdem, wenn man es legal nutzt, kann es wahrscheinlich für einige Leute entspannt sein. Illegal wird es unentspannt. Also zumindest für den, der es zur Verfügung stellt. Diese Unternehmen, die ihr uns aber hier als Frage mitgegeben habt, das sind Unternehmen, die das legal machen. Teilweise oder größtenteils im medizinischen Bereich. Zum Beispiel die Afria. Das ist ein kanadischer oder einer der größten kanadischen Spieler in diesem Segment. Die haben jetzt ein Übernahmeangebot an Tilray unterbreitet. Wir schauen uns einfach mal die Aktie von Afria an. Dann sieht man, wie die Aktien performt haben. Und die Frage ist eigentlich auch gar nicht ungeschickt vom Zeitpunkt her gestellt worden ist, weil die Aktien nämlich in den vergangenen Wochen wirklich buchstäblich durch die Decke gegangen sind. Die haben sich seit, naja, Mitte, also seit dem Corona-Tief hier so ungefähr was bei drei, umgerechnet drei Kann-Dollar, sind die jetzt auf über 17 abgeschossen, also fast versechst war. Und das hat damit zu tun, wir haben, der Cannabis-Sektor insgesamt hatte bereits 2018 genau schon mal so einen ersten Hype erlebt. Also da gab es wirklich Unternehmen, die sich auch vervielfacht hatten. Hohe Nachfrage, die Aussicht nach Legalisierung in Kanada und in den USA hat natürlich als kostreibende Kraft dafür gesorgt, dass Unternehmen wie eine Tilray, eine Canopy, Aurora, Cannabis oder eben auch eine Afria ganz stark gefragt waren. Die Unternehmen sind buchstäblich durch die Decke gegangen. Und dann gab es eben nochmal eine Korrektur dahingehend und das war klar, weil wir natürlich Überkapazitäten aufgebaut haben in diesem Sektor. Die Unternehmen sind stärker in Konkurrenz getreten, Preise sind gesunken und dann kam das, was kommen musste. Jetzt aber erlebt die Branche insgesamt eine Renaissance und ich glaube, die hält auch nach wie vor an. Nicht, weil die illegalen Nutzer oder der private Konsum da stärker reingeht, sondern weil es wirklich ein Medizin-Thema geworden ist. Das heißt, gerade Biotechnologie, Pharmazie guckt stärker auf diesen Sektor, möchte mit diesen Unternehmen kooperieren und da kommt sozusagen der Drive her. Das heißt, man kann insgesamt sagen, der Cannabis-Sektor spaltet sich in zwei Sektoren. Einmal die medizinische Anwendung und einmal so, ich nenne es jetzt mal Lifestyle, also irgendwelche Produkte, wo so dieser Geschmack drin ist, wo es THC, also dieser Wirkstoff draußen ist und man sozusagen nur noch diese Cannaboliide da drin hat, die dann halt schmecken, aber nicht mehr wirken, so wie ein Marte-Tee-Getränk oder sowas gab es ja mal oder was da nicht alles gibt. So ähnlich wird es halt auch in dieser Form, in diesem Lifestyle-Sektor vertreten. Den sehe ich momentan als eher uninteressant. Wie gesagt, ich sehe eher den medizinischen Teil als interessanter an. Das sieht auch die Afria, jetzt kommen wir zurück zum Unternehmen, die haben nämlich den Konkurrenten Tilray, wollen sie zumindest übernehmen, wollen den Namen von Tilray auch zukünftig dann annehmen. Und das hat so ein bisschen neue Fantasien natürlich in den gesamten Sektor auch mit reingebracht, weil wir jetzt Konsolidierungsbestrebungen sehen, viele Spekulationen sind da, wer geht mit wem als nächstes zusammen. Und der nächste Kurstreiber bei Afria waren die Zahlen, die bekannt gegeben worden sind. Die waren wesentlich besser, als der Markt erwartet hatte. Das heißt, wir sehen hier durchaus eine Aktie, die weiterhin Potenzial hat, aber die auch jetzt sehr korrekturanfällig ist, weil wenn man sich eben diesen Kursanstieg in den letzten Tagen, wir gehen hier mal ein bisschen auf die letzten drei Monate rein, dann sieht man es, die sind also umgerechnet hier oder bei, was ist das, 9 Kann-Dollar jetzt auf 17, also fast verdoppelt. Das muss auch korrigiert werden. Aber ich sehe diese Korrektur dann eher als Kaufchance. Wer die Aktien hat, durchaus halten, Stop-Loss absichern, ist immer dieses alte Credo, was wir eh hier vertreten. Aber für mich langfristig sind die Aktien, die großen Unternehmen aus dem Sektor, weil dann sehr, sehr interessant. Da gehe ich auch gleich auf das nächste Unternehmen ein, Amiris, im weitesten Sinne ehemals auch ein Cannabis-Player, jetzt aber eher in, das hatten wir auch schon mal, das Thema Mikroben, also Bakterien, die Plastik oder Kunststoffe zersetzen. Da hat sich die Amiris auch positioniert. Die hatte früher mal sich in CBD, also im Cannabis-Sektor auch positioniert, ist jetzt aber in diesem Bereich rübergerutscht. Wahrscheinlich lukrativer oder die hatten es schon immer auf dem Programm oder die haben festgestellt, hey, ich weiß nicht, die Mikroben mögen Cannabis, ich weiß es nicht. Die sind alle völlig bekifft. Die sind alle bekifft, deswegen essen die jetzt Plastik wahrscheinlich, keine Ahnung. Genau, also egal. Das Unternehmen dementsprechend auch sehr, sehr stark performt. Ich mache hier mal die Heimatbörse rein, die Nasdaq, dann sieht man noch besser in US-Dollar, was hier passiert ist. Wir gehen mal auf den Jahresschart runter, von 2 US-Dollar jetzt bis auf zuletzt 11 US-Dollar innerhalb von zwei Monaten versechsfacht. Das sind die Aktien, die du, glaube ich, hauptsächlich in deinem Depot hast, wenn es richtig. Sonst würde dein Hund ja nicht nur Cobus-Steak nehmen. Ne, also ich verkaufe immer Aktien rechtzeitig, bevor sie sich richtig gut entwickeln können. Sehr gut. Da sorge ich schon für. Kompleo zum Beispiel. Also auf jeden Fall genau, Amiris, auch eine Frage von euch gewesen. Ich habe die jetzt in diesen Komplex von mit reingepackt, ehemals eben auch im Cannabis-Sektor unterwegs. Jetzt eben im Bereich der Kunststoffzersetzung durch Mikrom, durch Bakterien. Von daher ist diese Fantasie drin, ist ein Thema. Kunststoff generell, also die Verwertung, Recycling oder eben Verarbeitung von den Müll oder Abfällen, eben wird ein Thema sein, wird ein Thema bleiben. Ich weiß noch nicht, ob Amiris da wirklich dann das Unternehmen ist, was man unbedingt haben muss. Ich denke, dass man hier sicherlich andere Player hat, die wesentlich besser aufgestellt sind. Mir gefällt es nicht, wenn... Ich glaube, wir hatten letzte Woche Quantafuel, ne? Ja, genau. Quantafuel, dänisches Unternehmen, genau. Das sind einfach Unternehmen, die sind darauf spezialisiert. Also wenn jemand vorher, was ich, Blechdosen herstellt und dann später auf einmal sagt, hey, hier, wir bieten jetzt ein neues E-Mobil an, das ist irgendwie merkwürdig. Außer bei Nokia war es ja auch mal. Die haben Gummistiefel hergestellt und dann später Smartphones beziehungsweise Telefone. Also es geht schon. Aber wie gesagt, ich würde es weiter beobachten. Ich finde die Bewertung bei Amiris sehr, sehr ambitioniert und von daher würde ich vorsichtig sein. Jo, Blechbüchsen, ein gutes Thema, ein Thema, das uns alle bewegt, der Automotive-Sektor. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Zum Thema Automotive-Sektor haben wir nämlich eine Frage reinbekommen zu Stellantis. Ein Unternehmen, Zusammenschluss von Peugeot und Fiat. Die haben 14 Marken da zusammengepackt unter einem Dach und haben sozusagen dann dieses Unternehmen an die Euronext gebracht. Das Unternehmen hatte ganz gut erstmal auch performt. Wir gucken uns mal den Chart an, wobei der jetzt natürlich nicht allzu aussagekräftig ist, weil die Aktien erst seit einigen Tagen eben gehandelt werden. Stellantis-NV, genau, da sehen wir die. Beziehungsweise, genau, also dieser Zusammenschluss fand erst, ich sehe gerade, dass wir den langfristigen Chart haben. Auf jeden Fall wurden die erst vor einigen Tagen in dieses Gemeinschaftsunternehmen reingeführt und haben entsprechend auch reagiert. Man sieht das hier, die sind eben von 12,50 Euro war der Ausgabepreis, sind über 17,50 Euro, 18 Euro hochgegangen, sind jetzt wieder zurückgekommen. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet gewesen, dass die mit einem Mal zum Beispiel in Cacaron reingekommen sind, also in den Leitindex aus Frankreich und eben auch in einem europäischen großen Index und damit ist natürlich die Nachfrage von den institutionellen Investoren da gewesen. Ich würde bei der Stellantis ein bisschen feuchtig sein, weil das hört sich für mich so ein bisschen nach Rudis Restaurant an. Also man holt ja alle so Marken rein, packt die unter einem Dach, so hilft viel nach dem Motto, mir fehlen zum einen starke Ausrichtungen im Immobilitis überhaupt nicht zu sehen bei vielen von diesen Marken. Also wir haben zum Beispiel Maserati drin, wir haben Peugeot drin und so weiter. Na Moment, Moment, Peugeot, also PSA ist mit Citroën und Opel eigentlich ziemlich gut. Genau, Opel ist da auch drin bei Stellantis, Peugeot muss ich glaube ich korrigieren, nicht. Also Opel ist drin, so die ganzen Randmarken sind da drin. Ach, Peugeot ist nicht drin. Nein, Peugeot ist nicht drin. Die haben sozusagen also diese ganzen Randmarken rausgenommen, also Fiat ist insgesamt auch nicht drin, aber die haben ihre Maserati-Sparte reingepackt, also Marke reingepackt. Und so auch dann eben bei Peugeot eben nur Opel. Und so hat man eben diese ganzen Untermarken da drin. Und da ist halt das Problem zum einen, also eben diesen Zukunftsmarkt, die schwach positioniert. Und das Nächste ist, dass genau auch diese 14 Marken sehr schwach brüstig bei dem Thema Asien-China-Platzierung sozusagen ist. Also hier sind natürlich die großen bekannten Peugeot, Fiat in China natürlich vertreten, aber eben alle Untermarken unter diesem Dach nicht so. Und deswegen würde ich da ein bisschen feuchtig sein. Ich sehe da wenig Fantasie. Bei den Aktien insgesamt bei Stellantis, dazu habt ihr gefragt, dann hatten wir eine andere Unternehmung nochmal, die Zaptec. Die wurde auch nachgefragt. Zaptec im weitesten Sinne im Automotive-Sektor hat damit zu tun, dass die nämlich Ladesysteme herstellen für diese Ladesäulen. Die sind an der Osloer Börse notiert. Wir können es auch mal den Chart ansehen. Die haben in der letzten Zeit auch sehr gut performt, und das hat damit zu tun, dass man so den Eindruck gewinnt, diese ganzen skandinavischen Aktien erleben alle so eine Renaissance, haben sie ja nicht, aber die werden auf einmal alle entdeckt. Ja. Also von daher, ob es eine Hexagon ist oder eine Nelasa oder sowas, also hier merkt man, dass der Fokus natürlich sehr stark auf diesem Sektor insgesamt ist, und die Aktien entsprechend auch hier dann an, ich mache mal die Euronext, da haben wir einen längerfristigen Chart, genau, dementsprechend auch natürlich hier in Deutschland jetzt nachgefragt sind, aber es sind halt, wenn man es ganz klar möchte, ist dieses ganze Thema, E-Mobility ist zwar ein Trendthema, aber hier haben wir eben mit Infrastrukturprogrammen zu tun, hier haben wir mit Infrastrukturunternehmen zu tun, hier haben wir mit Unternehmen zu tun, und die eben auch Erfahrung in diesem Bereich haben müssen, und das ist ganz, ganz wichtig, man muss also kapitalstark sein, man muss gut vernetzt sein in der Industrie, und das ist halt ganz wichtig, also man muss immer mal sehen, dass so eine Aktie natürlich vom Potenzial her, wenn die sich halt innerhalb von, was haben wir hier, fünf Monaten halt fast versechsfachen, dann finde ich das schon sehr ambitioniert, und da sehe ich das Wachstum in der Branche in diesem Tempo nicht, also von daher, Zaptec, erfreulichlich sein, wäre sie halt wieder altes Motto, Gewinne laufen von alleine, Verluste muss man sich halt drum kümmern, so auch hier Stop-Loss absichern, liegen lassen, weil ich kann auch nicht in die Zukunft schauen und sagen, die verdoppeln sich nicht nochmal, aber ich halte es als relativ unwahrscheinlich, weil eben sehr, sehr viel Euphorie, sehr, sehr viel Fantasie drin ist, und das einfach korrigiert werden muss. Gut, kommen wir zum nächsten großen Trendthema, Biotechnologie oder speziell hier mRNA, Modified oder Messenger RNA. Genau, damit hast du auch schon die beiden Punkte angesprochen, genau, mRNA wird, ich habe es als Modified Ribonuclein Acid sozusagen hier immer wieder angeteasert, aber wir wollen korrigiert, dass es eigentlich Messenger heißt, wobei eigentlich beides richtig ist, Modified Messenger RNA ist sozusagen die komplette Anwendung. Genau, wir laden mal Herrn Drosten ein. Genau, nicht nur den, wir werden auch Herrn Streeck und alle, die mit reinladen, werden eine Elefantenrunde zum Thema mRNA mal machen. Nein, aber das Thema insgesamt, Spaß beiseite, ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Also man darf nicht vergessen, momentan ist der Fokus zu stark auf, besetzt mit Covid-19-Impfstoff, aber es kommt eigentlich aus der Krebstherapie, beziehungsweise Krebsforschung und Präparate gegen Krebs zu entwickeln. Und ich denke, dass wir momentan einen Boost einfach gesehen haben, aufgrund der vielen Forschungsgelder, die eben reingekommen sind, um das gegen Corona eben anzuwenden. Bedeutet nicht, dass damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist, sondern jetzt kommt man sozusagen wieder back to the roots und wird in Richtung Krebstherapie mehr forschen, auch andere Krankheiten natürlich damit auch ein Stück weit angehen können. Und da ist so ein bisschen auch natürlich die Fantasie. Das heißt, dass jetzt erstmal Modena, BioNTech und QVAC insgesamt mit dem Thema oder mit der Themenbelegung Covid-2 eigentlich schon gut eingepreist sind. Das heißt, das Thema ist durch. Und jetzt muss man eigentlich gucken, wenn man in diesen Unternehmen unterwegs ist, und dann Johnson & Johnson, haben wir auch öfters mal hier gehabt, Markt, also alles Unternehmen, die eben in diesen Sektoren unterwegs sind, die haben natürlich gute Chancen jetzt, diese Technologie auch auf zum Beispiel Krebstherapie anzuwenden. Und deswegen ist dieses Thema insgesamt interessant. Im weitesten Sinne damit kann ich auch mal den Bogen nochmal schließen zu Diagnostik-Spezialisten. Dazu haben wir nämlich auch eine Frage gehabt, die natürlich auch damit zu tun haben, wie erkennt man das überhaupt? Also PCR-Test, Stichwort und so weiter. Da ist hier die T2-BioSystems nachgefragt worden. Die können wir uns gerne mal im Chart mal schnell ansehen. Und da sieht man auch, dass das natürlich ein ganz klares Thema ist, was sehr stark von den Anlegern gespielt worden ist, gerade zumindest in den letzten Wochen. Und hier ist halt auch ganz wichtig, natürlich immer zu gucken, wie gut ist das Unternehmen in diesen Bereichen positioniert und ist man sozusagen schon mit dem Fuß in der Tür drinnen. Wir haben Unternehmen, etablierte Unternehmen, die natürlich aus dem Gesundheitssektor insgesamt oder aus dem Healthcare-Bereich weitestgehend kommen und diese Tests einfach mit in die Produktpalette mit aufnehmen und da sozusagen mit reingehen. Aber wir haben auch so ein Unternehmen wie die T2-BioSystems, die jetzt eigentlich eher sozusagen vielversprechende Ansätze für die Diagnostik haben, eigentlich aus ganz anderen Bereichen kommen, jetzt aber sozusagen auch auf diesen Covid-2 oder auf den SARS-CoV-2-Zug mit aufsprengen und springen und versuchen mit ihrer Technologie da sozusagen Anschluss zu finden. Problem ist natürlich, diese Technologie muss sich erstmal durchsetzen. Das heißt, man ist hier wirklich in so einem Early Stage, also in sehr, sehr frühen Stadion. Ist natürlich entsprechend hoch auch die Kurschancen, die sich daraus ergeben, weil wenn so eine Technologie dann mal wirkt, dann ist natürlich klar, dass die Aktien entsprechend stark performen können. Sollte aber so eine Technologie nicht angenommen werden, nicht zugelassen werden von der FDA oder von anderen Gesundheitsbehörden, dann ist natürlich das Problem, dass dann so ein Unternehmen auch ganz schnell natürlich wieder starke Kursverluste erleiden muss, weil man eben nur sehr eng auf diesen einen Bereich unterwegs ist oder fokussiert ist. Und man ist auch gerade in dem Sektor Diagnostik natürlich mit, zum Beispiel großen Unternehmen wie Abbott Labs oder Roche, die halt, wie ich ja schon gesagt habe, sehr stark natürlich eine Präsenz im Markt haben und einfach so ein Thema mit abdecken und gar nicht groß dann in Kapitalleistung gehen müssen, sondern die bieten das einfach mit an. Deswegen war T2 Biosystem wirklich für euch nicht sein. Sollte die Technologie sich durchsetzen, alles fein, dann kann ja auch Kursgewinne winken. Sollte eben sozusagen diese Technologie nicht in Anwendung sein, dann kann so ein Unternehmen im Endeffekt auch ganz schnell gegen die Wand fahren. Okay. Anderes großes Thema, das immer wieder nachgefragt wird, ist das Thema Datenanalyse. Und ein Unternehmen wird dabei auch ganz häufig immer nachgefragt, das haben wir eigentlich verständliche Palantir. Genau. Datenanalyse haben wir auch schon am Anfang des Themas gehabt, quasi im weitesten Sinne bei dem Fintech-Thema, Fintech-Hype. Ist natürlich auch Datenanalyse sehr wichtig, aber was jetzt so ein bisschen auch neu und gerade eben auch bei Palantir als Thema ganz klar gesehen werden ist, ist das, ich sage jetzt mal, so Kontaktnachverfolgung, zum Beispiel bei Covid-19. Also man hat natürlich hier sehr, sehr viele Daten, sehr, sehr viele Kontakt- und Bewegungsdaten, die hier dann ausgewertet werden müssen, um zu sehen, wer hatte mit wem, wann, wo, wieso, weshalb, warum Kontakt. Und da greift man natürlich dann eben auf Technologien zurück, die von Unternehmen wie zum Beispiel Palantir zur Verfügung gestellt werden. Die haben ja auch noch ganz andere Unternehmen, die in dem Sektor Alteryx hatten wir auch öfters mal hier in der Sendung gehabt, auch ein Datenanalyse-Spezialist. Und diese Unternehmen werden zukünftig einfach viel, viel mehr zu tun haben. Man merkt schon diese Breite an Masse, also nicht nur an Themenmasse natürlich. Wir haben jetzt Kontaktdaten sozusagen. Wir haben das Thema Online-Handel insgesamt. Also wer macht da wie was? Wir haben das Thema natürlich auch E-Mobility, autonomes Fahren und so weiter und so fort. Also ein riesen, riesengroße Themenbereiche, die sehr, sehr viele Daten produzieren. Und diese Daten müssen ausgewertet werden. Deswegen werden solche Unternehmen in Zukunft einfach viel zu tun haben. Palantir, insgesamt für mich ein Unternehmen, langfristig weiter interessant, kurzfristig ein bisschen übergekauft. Ganz klar von jetzt hier 10 US-Dollar auf teilweise fast 30 US-Dollar. Jetzt sehen wir so ein bisschen eine Konsolidierung, die auch wünschenswert ist. Ich habe da überhaupt nichts gegen, ich finde das gut. Ich würde, wenn ich langfristig in US-Technologie-Aktien investieren wollen würde, dann finde ich die Palantir-Technologies äußerst interessant auf Mehrjahressicht. Kurzfristig, denke ich, wird sich da vielleicht, klar können die sich mal 10% entwickeln, aber die verlieren halt auch relativ schnell wieder diese Kursgewinne. Deswegen sehe ich es kurzfristig eher als Watchlist-Kandidat. Langfristig auf jeden Fall finde ich sie weiterhin interessant und glaube, dass die ihren Weg gehen werden, ja. Ein ähnliches Thema, behaupte ich jetzt einfach mal, ist Cybersecurity, wird auch mal wieder viel nachgefragt und auch hier ein alter Bekanter mittlerweile, Cloudflare. Genau. Cybersecurity hat natürlich damit zu tun, es entstehen viele Daten und diese Daten werden übermittelt, werden übertragen, abgerufen. Viele Leute arbeiten im Homeoffice, es entstehen also nochmal Abfrage-, Nachfragedaten, Abrufdaten, also alle möglichen Formen von Datenverkehr, wenn man so will. Und da ist natürlich die Cybersecurity ganz klar auf den Plan gerufen worden. Das hat nicht nur damit zu tun, Virenabwehr, sondern generell Netzwerke müssen geschützt werden. Und hier muss man einfach wesentlich stärker, innovativer sein, weil eben natürlich jetzt nicht mehr die Zeit ist, wo man sagen kann, okay, wie man es vielleicht früher kennt, man hat ein Antivirus-Programm drauf gehabt oder eine Firewall und auf einmal ging gar nichts mehr. Der Rechner war von der Leistung her überlastet. Die Daten wurden später abgerufen, man hat das Gefühl gehabt, man hatte so ein 14-4er-K-Modem da dran und keine DSL-Leitung. Das sind alles Punkte, die müssen natürlich berücksichtigt werden. Und Cloudflare hat natürlich hier als Network-as-a-Service-Anbieter ganz weit die Nase vorn. Wir können uns auch nochmal hier die Cloudflare-Aktien ansehen. Dann sieht man auch, wie die in den letzten Monaten performt haben. Natürlich ist das Thema auch gerade nach dem Covid-19 stärker in den Fokus gerückt. Hat natürlich genau damit zu tun gehabt, Menschen sind im Homeoffice, Menschen müssen wesentlich zuverlässiger, schneller Daten abrufen. Der Service wird noch mehr, gerade weil die Netzwerke quasi größer und dezentraler werden, einfach noch mehr geschützt werden. Deswegen ist der Service natürlich von Cloudflare nachgefragt worden. Da auch wieder ähnlich wie bei Palantir, die Aktien haben sich teilweise mehr als verdoppelt, hier vervierfacht vom Low aus dem letzten März heraus. Insgesamt kann man so sagen, seit Ende letzten Jahres verdoppelt. Das sind schon Kurs-Performance, die lassen sich schon durchaus sehen. Trotzdem, für mich auch eher kurzfristig, ähnlich wie bei Palantir ein Kandidat, wo ich es denken würde bei Schwäche, ja, interessant. Aber kurzfristig denke ich mal, werden die auch weiter erstmal konsolidieren. Langfristig durchaus interessant. Wenn man es eben schafft, schnell und sicher Daten, Netzwerke sozusagen abzusichern und sozusagen wenig an die Performance rangehen zu müssen, dann ist es einfach ein Gadget, was man haben will, was die Unternehmen in Zukunft auch vermehrt nachfragen. Das heißt, Cloudflare wird auch weiter in seinen Weg gehen, wird auch höhere Gewinne ausweisen können, aus meiner Sicht heraus. Und von daher mittelfristig auf jeden Fall interessant. Na gut, dann kommen wir zum nächsten Themenfeld, bei dem ich mich jetzt fast verlesen hatte und mich an einen früheren Außenminister erinnert gefühlt habe. Aber der ist gar nicht gemeint. Und zwar ist eigentlich nur die Frage, welche Aktien zum Themenfeld, und zwar nicht Genscher, sondern Genschere, gibt es. Das nächste Mal bitte schon mit einem Bindestrich dazwischen, dann muss ich mich auch nicht verlesen. Sonst hätte es Genschere. 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 Genau, also die Genschere, genau. Ein interessantes Feld, ist sicherlich auch eher in den Fokus gerückt durch den Medizin-Nobelpreis, der im vergangenen Jahr vergeben worden ist. Da war das nämlich sozusagen eine Aspirantin, die entsprechend den Nobelpreis bekommen hat für die Genschere. Und ja, da gibt es einige Unternehmen, die da tätig sind, wobei ich auch hier tendenziell eher auf große Unternehmen schauen würde, weil das Problem ist, es ist zwar eine Technologie oder eine Anwendung, die interessant ist, aber die man noch nicht so richtig anwenden kann. Also sozusagen eine Lösung sucht ein Problem so ein bisschen. Probleme sind zwar da, aber wenn man eben die Lösung da anwendet, ist die Frage, kommt auch wirklich das raus, was man will. Genschere ist ja nicht so ein Thema, wo man einfach sagen kann, okay, man wendet die dann an, alles wird gut, man kann es dezidiert ansetzen, sondern da sind schon einige Fallstricke auch zu meistern. Deswegen sind natürlich Unternehmen wie Biogen, Gelid oder Gelid, Novartis, Pfizer, Sanofi und Takeda insgesamt als Unternehmen, als große Unternehmen zu nennen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn man so ein bisschen in die kleineren Gefilde reingehen will, wobei das auch relativ ist zu den großen, also diese kleineren Unternehmen, wie zum Beispiel eine Sangamo oder Sanjamo Technologies, die sind natürlich schon jetzt richtig groß bewertet. Die haben teilweise auch Marktkapitalisierung über, ich schaue hier gerade mal rein, 1,8 Milliarden, das ist schon verhältnismäßig viel, das war jetzt in Euro, ich glaube, das müssten eben 2,2 Milliarden US-Dollar, genau, 2,2 Milliarden US-Dollar sein. Das sind Unternehmen, die Sangamo, die sich damit auseinandersetzen mit dem Thema und die auch mit den großen genannten zusammenarbeiten. Also die haben eben Kooperationen mit Biogen, mit Gelid, Novartis, Pfizer, Sanofi und Takeda. Also die greifen dann natürlich auch in Kooperationen, ähnlich wie eine QVAC mit Bayer aus dem anderen Sektor, arbeiten auch solche Unternehmen zusammen und dahingehend sind die interessant, aber wie gesagt auch schon sehr, sehr gut gepreist. Es gibt aber auch Unternehmen wie Editas Medicine, das ist auch ein Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind und forschen, aber das ist alles schon noch sehr, sehr in der Frühphase. Also man muss halt wirklich sehen, wie man auch an dem Aktienkurs sieht, da ist schon sehr viel Euphorie drin, aber wir befinden uns hier wirklich in einer sehr, sehr, in einem sehr frühen Start. Und es ist noch keine Marktreife so richtig da, dass man sagen kann, ja, hier gibt es ein Präparat, was eben wirklich schnell in Anwendung kommt, sondern das nimmt eben wirklich auch einfach erstmal sehr, sehr viel Hoffnungen und ja, Euphorie, die da drin ist. Und das letzte Unternehmen aus dem Sektor, weil es eben einfach mal erwähnt werden sollte, ist Intellia Therapeutics. Man sieht auch hier schon sehr viel Euphorie drin, aber wenn man so gesehen will, unter diesen fünf großen Unternehmen oder beziehungsweise sechs großen, könnte man diese drei Unternehmen, Sanjamo, Editas und Intellia Therapeutics als klassische Vertreter, die rein in dieser Branche auch mit Schwerpunkt mäßig zumindest unterwegs sind, nennen. Aber man sieht halt auch schon, der Markt hat schon drauf reagiert. Deswegen ist da für mich die Fantasie erstmal sehr stark begrenzt. Also irgendwie lässt uns das Thema Medizin hier heute nicht los, aber es mag auch an unserem Alter liegen. Wir spüren ja auch schon den körperlichen Verfall und deswegen ist auch da für uns das Thema natürlich total interessant. Also wir bleiben beim Thema Biotechnologie, Healthcare. Genau. Und ja, möchtest du die Aktien selber vorstellen? Sollte ich sie dir vorlesen? Ne, wir können genau. Also im Endeffekt ist es so, hast du schon recht, hoffentlich eher Richtung Arthritis-Medikamente als irgendwie Alzheimer oder irgendwelche Demenzgeschichten. Das wäre doof. Gibt es auch noch einen Rheumadecken-ETF? Wahrscheinlich. Wäre immer ein André. Dann könnten wir mal zum Morgen Stanley weitergehen. Wir würden gerne einen Rheumadecken-ETF. Fragen wir mal mit Dirk Grunert. Genau, mit Dirk. Einfach mal besprechen. Ne, genau. Wir haben natürlich in diesem Sektor klar viele Nachfragen, weil das einfach auch ein Sektor ist, der sehr stark im Fokus ist. Da wohnen hier zum Beispiel Novosheims. Das ist ein dänisches Unternehmen, ein Spin-off, auch eben von, Moment, ich muss mich hier konzentrieren. Ich bin ja... N-O-V-O-Z-Y-M-E-S. Genau, danke sehr. Und, Moment, gucken wir uns hier mal den Langfrist-Chart. Genau, fünf Jahre haben wir. Jetzt muss ich nochmal die richtige Börse finden. So. Frank Wuth. Frank Wuth. Genau. Ein Unternehmen, was so ein bisschen aus dem defensiven Sektor kommt, wie viele von diesen Unternehmen, die sich sehr stark auf einem Themenbereich, sag ich mal, fokussiert haben. Und das sieht man halt auch im Chart eher seitwärts gerichtet mit einer leichten Tendenz nach oben, weil natürlich hier diese Geschäfte sehr stark prognostizierbar sind. Das heißt, man erlebt hier keine großen Überraschungen. Man ist nicht unbedingt in diesem Sektor tätig, dass man Präparate hat, die irgendwann verfallen oder beziehungsweise freigegeben werden für Nachahmerpräparate, sondern man hat hier halt einen Sektor, einen Biotechnologie-Sektor für sich eingenommen, wo man eben eine sehr gute Positionierung insgesamt in hat und wo eben sozusagen die Markteintrittsbarrieren relativ hoch sind und dadurch ist man sozusagen wie so eine Art Platzhirsch und führt natürlich dazu, dass das meist auch Sektoren sind, wo sich es für andere Unternehmen einfach jetzt erstmal nicht lohnt, weil die Kosten dann wieder zu hoch sind für Vorstandentwicklung, um da reinzukommen und dann die Margen zu klein. Und das ist meist genau der Aspekt, den man da halt auch sehen kann. Deswegen ist Novosheims ein sehr defensives Papier, was eben davon eben lebt, dass man eben sehr gut im Markt positioniert ist und von daher wenig Überraschungspotenzial bereit hält, sondern eher so ein bisschen für einen konservativen Anleger geeignet ist, der halt von der Dividende hier von 1,6% dann eben ausgeht und eben davon leben will, dass man eben so sukzessive sich sozusagen wie so ein kleines Eichhörnchen vom Kursverlauf her entsprechend entwickelt. Da haben ja einige Unternehmen, wie zum Beispiel auch Philips & Siemens, die auch sehr stark in diesem Sektor in Healthcare insgesamt unterwegs waren, weniger an Biotechnologie, sondern insgesamt bei Healthcare hatten wir ja auch eine Frage dazu, warum sich diese beiden Unternehmen in der Vergangenheit so schwach gezeigt haben. Das ist genau der Grund bei Philips zum Beispiel gewesen. Ist aber nicht dein Unternehmen, oder? Eines meiner vielen, ne? Der Hund muss ja irgendwie gefüttert werden. Das ist auch falsch geschrieben hier. Das ist ein P zu wenig. Ein P zu wenig. Ja, Philips & Siemens haben natürlich davon profitiert, dass man sich zumindest auch sehr stark auf diesen Healthcare-Bereich fokussiert hatte. Man hat hier halt viele Technologien eben auch entwickelt, so ein bisschen weg von diesen ehemaligen Gemischtwarenladen, der Philips & Siemens waren halt Leuchtstoffmittel. Man hatte sich in Industriebereichen sehr stark getummelt. Jetzt hat man eben den Fokus auf wenige Geschäftsbereiche eben gelenkt und eben auch der niederländische Konzern Philips und entsprechend hat es die Börse auch lange Zeit honoriert und die Unternehmen haben natürlich gerade in letzter Zeit durch diese ganze Coronavirus-Pandemie und diesen Fokus auf diesen einen wichtigen Sektor im Gesundheitswesen ganz klar natürlich auch die Aktien gekauft und jetzt sieht man einfach, dass natürlich diese Welle auch einfach mal abeppt. Das heißt, irgendwann ist dieser Thema, dieser Themenkomplex in den Aktienkursen einfach eingepreist und deswegen sind eben Konsolidierungen ganz normal. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Kurse sich jetzt hier gerade bei Philips bei 45 Euro so ein bisschen in den Kopf stoßen und das ist genau eine Bewertungsfrage. Die Investoren warten jetzt darauf, neue Impulse in Form von Quartalszahlen, die auch bald kommen und dann gibt es eben wieder neuen Impulse wieder nach oben oder nach unten, je nachdem wie die Zahlen ausfallen und wie auch vor allem ganz wichtig der Ausblick ist und demzufolge ist so ein bisschen die Erklärung dafür, warum wir diese Seitwärtsbewegung sehen nach dieser doch relativ hohen Kursbewegung. Wir können auch mal da drüber, das haben wir hier auch mal schön gemacht, dass wir die Siemens-Aktien einfach mal rüberpacken. Dann haben wir die nämlich im Vergleich im Direkten zu Philips und können uns dann mal sehen, dass da die Entwicklung identisch praktisch ist, weil beides Mischkonzerne dienen starken Fokus, wenige Bereiche. Siemens hat natürlich Siemens Energy, Siemens Healthcare sehr viele Randbereiche ausgegliedert, hat eben diesen starken Fokus und da sieht man eben jetzt ganz klar, dass natürlich die Unternehmen momentan konsolidieren und auch das sind ganz klare Player oder beziehungsweise Trades oder Investments, die man da aufsetzen kann, wenn die Konjunktur wieder anfängt zu laufen, dann laufen auch solche Konzerne, weil das eben sozusagen ganz klassische Konjunktur Profiteure sind. Natürlich, wenn Konjunktur gut läuft, dann laufen auch die Konzerne. Von daher ist die Seitwärtsbewegung zumindest dahingehend erstmal erklärbar. Und da kommen wir auch schon zu einer Tochter, Siemens Energy. Hast du die bei dir auch im Papier? Die steht hier, genau. Und die hätte ich jetzt auch als nächstes vorgelesen. Genau, das wusste ich jetzt gerade nicht, aber wir nehmen die mal einfach mit rein nochmal, weil das nämlich gerade passt. Jetzt war ich, glaube ich, ein bisschen vorlaut und habe dich da an den Rand gedrängt. Ja, ich bin ja hier auch nichts wert. Das kenne ich. Ohne dich würde das ja auch hier gar nicht laufen. So, wir haben hier ein schwarzes Bild, jetzt sieht hier niemand was. Genau. So, genau. Und man sieht ja auch schon, Siemens Energy hat Siemens insgesamt dem Mutterkonzern ausperformt. Siemens Energy ist ja erst in dem vergangenen Jahr im Oktober an die Börse gekommen mittels Spin-Off eben aus den Siemens-Konzernen heraus und profitiert natürlich von einer ganz anderen Entwicklung und zwar von der regenerativen Energie. Das heißt, der Schwerpunkt von vielen institutionellen Investoren in Richtung ESG, also diesen ethischen und nachhaltigen Anlegen, ist so groß gewesen, dass man eben jetzt dann wirklich auf Unternehmen gesetzt hat, die ganz klar ihren Fokus in diesem Bereich haben und das ist eben eine Siemens Energy gewesen, die eben auch in diesem Sektor tätig ist und da sieht man halt auch schon, wie sich die Aktien entsprechend entwickelt haben, plus 60% seit dem IPO. Finde ich ein bisschen viel dafür, dass eigentlich im Endeffekt nichts anderes gemacht worden ist, dass man eben die Energiesparte ausgegliedert hat, also da ist halt Windkraft drin, da ist aber auch teilweise noch so ein bisschen diese alte schmuddelige Energieerzeugung drin, wie Kohle, Kraftwerke und AKWs, also alles, was so ein bisschen mit dieser Technologie zu tun hat, hat man eben da alles mit reingepackt und hat noch ein bisschen Geld mitgegeben sozusagen, damit das Unternehmen insgesamt weiter sich entwickeln kann. Ich glaube, dass hier einfach dieses übergeordnete Thema der nachhaltigen Investitionsverhalten von institutionellen Investoren einfach zu stark die Aktienkurse angehoben haben. Ich glaube, hier würde ich auch ein bisschen folglich sein mit diesem ganzen Thema. Gut. Nächstes Thema, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt eine passende Überleitung finden kann. Matchgroup. Ja, Matchgroup ist ein Unternehmen so ähnlich wie Tinder, die halt sozusagen Partnervermittlung über das Internet, wenn man so will und die haben, witzigerweise hätte ich in dieser Form eigentlich nicht gedacht, aber die sind Coronavirus-Profiteure. Ich frage mich, wer trifft sich da mit wem? Keine Ahnung, aber anscheinend reicht es den Leuten, wenn man das eben online zumindest eine gepflegte Konversation halten kann und demzufolge sind in solche Apps doch sehr, sehr stark nachgefragt gewesen und davon hat natürlich auch ein Unternehmen Matchgroup profitiert. Ich glaube auch, dass das tendenziell weitergehen wird. Wir sehen hier so einen ganz klaren Verhaltenswechsel insgesamt, also hin die Akzeptanz einfach auch zu sagen, ja, ich habe meinen Partner, Partnerin, wie auch immer übers Internet kennengelernt, ist halt nicht mehr so, anruf ich eh nicht, aber ist halt nicht mehr so komisch wie noch vor ein paar Jahren, wo man eben das als allgemein oder gut fand, wenn man jemanden beim Einkaufen in der Disco oder eben was ich was am Arbeitsplatz kennengelernt hat, sondern hier ist eben jetzt dieser Online-Dating-Aspekt einfach erfährt eine größere Akzeptanz. Ich glaube auch tendenziell eher über alle Altersgruppen hinweg, früher war das eher so ein Thema jüngere Menschen, dass die eben auf diese Dating-Apps oder Dating-Services zurückgegriffen haben. Das ändert sich von daher, denke ich, dieser Sektor bleibt weiterhin ein Trendthema, wird auch weiterhin entsprechend angenommen werden. Die Aktien natürlich auch sehr gut gelaufen, klar, als Profiteur durch die Coronavirus-Krise, aber ich glaube, dass wir hier auch weiterhin durchaus in den kommenden Jahren diese Entwicklung sehen werden. Und für mich auch dahingehend ein interessantes Unternehmen, was eben dann für die interessantes Team-Technologie-Sektor in den USA investieren wollen oder investiert sein wollen, die können auch durchaus mal einen Blick auf die Match Group werfen. Gut, dann werfen wir einen Blick auf ein Unternehmen, das möglicherweise seinen größten Kunden gerade verliert, Twitter. Ja, wobei die ja sogar ihren eigenen größten Nutzer rausgeworfen haben. US-Präsident Trump, sein Account wurde ja gesperrt, vor einigen Tagen und natürlich auch ein Unternehmen, was eine interessante Wandlung insgesamt durchgemacht hat. Lange Zeit war immer die Frage, wie will Twitter Geld verdienen? Man hat zwar unheimlich viele User, man hat halt auch einen tollen Service im Endeffekt, also diese Codes-Nachrichten erfüllen ja auch einen Sinn und Zweck natürlich, also man kriegt hier wirklich innerhalb von wenigen Zeilen gleich die Nachricht dementsprechend übermittelt und kann damit auch umgehen, aber wie wollte das Unternehmen Geld verdienen? Jetzt hat Twitter es im Endeffekt geschafft, man hat eben eine Verwertung durch Werbung und durch neue Platzierungen eben hinbekommen und das hat die Börse entsprechend natürlich auch honoriert und natürlich durch US-Präsident Trump, also noch US-Präsident oder sozusagen oder ehemaliger Präsident. Ja, also ich glaube in dem Moment, wo unsere Zuschauer diese Sendung sehen, ist er schon ein Ex-Präsident. Ist er Ex-Präsident, genau. Also Ex-Präsident Trump war natürlich ein großer Nutzer von Twitter und dadurch ist natürlich auch die Aufmerksamkeit einfach viel, viel größer gewesen. Ich denke aber, dass sich das auch nicht umkehren wird, sondern man wird ja auch in Zukunft natürlich weiterhin diesen Dienst auch nutzen und dass da entgehend der Service insgesamt und auch die Angebotstechnologie, die eben von Twitter eben angeboten wird, dass die natürlich dann auch weiterhin interessant ist. ich sehe aber auch für mich momentan zumindest hier schon so ein bisschen eine Überwertung, weil eben die Frage halt weiterhin ist, ob dieser ganze Hype natürlich auch so anhalten wird in dieser Form. Das heißt, ob der Kunde, der Nutzerzuwachs in dieser Dynamik anhalten wird und ob man nicht oftmals auch, wie man bei den Sozialmedien auch feststellen kann, wie zum Beispiel Clubhouse, was ja auch ein ganz neuer Boom oder neue Welle so ist, dass eben auch da viele... Hast du schon eine Einladung bekommen? Nee, hast du denn eine? Hast du bei Ebay gekauft? Nee, ich habe auch keine. Also wer eine Clubhouse-Einladung hat oder vergeben will, Philipp möchte gerne eine haben. Ich weiß gar nicht, was er soll, aber nun gut. Egal. Ich habe dich rausgebracht. Nee, alles gut. Ist ja auch richtig. Ich habe es ja angesprochen, das Thema. Aber du merkst schon, genau im Endeffekt, sowas ist natürlich auch eine Nutzerverhaltenänderung. Also man geht dann vielleicht weg von Twitter und ist dann eher in solchen neuen Hype-Themen unterwegs und das ist halt genau das Problem, was solche Unternehmen haben. Bei Facebook haben wir schon mal gesehen, die Probleme hatten überalterte Nutzer, so ein bisschen, die dann, wo dann Instagram viel aufhalten oder auffangen konnte oder WhatsApp, aber und so ist es halt bei Twitter halt auch. Ich denke, das ist ein Unternehmen, die werden langfristig schon noch ihren Weg gehen, aber halt nicht mehr diese Boom-Phase. Also man ist aus dieser jungen Willenzeit einfach raus. Man ist schon ein bisschen gesetzter geworden, so wie wir halt, gesetzteres Alter und jetzt ist man sozusagen eher in diesem langsamen Wachstum unterwegs. Für mich eigentlich dahingehend, wenn man in den Social-Media-Bereich im US-Sektor halt oder im US-Bereich investiert sein will, dann kann man auch auf eine Twitter zurückgreifen. Das drängt sich jetzt aber nicht primär auf. Den nächsten Wert haben wir ja auch mehrfach schon gehabt. AT&T. Genau. AT&T ist ganz interessant dahingehend, weil zum einen das Unternehmen eine hohe Dividendenrendite hat. Das ist natürlich für die Zuschauer interessant, die eher unter dem Value-Aspekt da rangehen und sagen, okay, Kohle-Steigerung, gucke ich primär nicht drauf, sondern mir ist die Dividendenrendite wichtig und die liegt bei 7,3%. Und was ich aber interessant finde, ist, ich glaube, dass der Telekommunikationsbereich ein Renaissance-Thema sein könnte. Also, dass man hier einfach durch 5G zum Beispiel, das jetzt auch wesentlich stärker in den Fokus rücken wird, in 2021, auch auf solche Urgesteine der Technologie zurückgreifen wird. Deutsche Telekom, AT&T, KDDI, also alles diese großen Telekommunikationskonzerne, die werden natürlich jetzt mit 5G wieder so ein bisschen mehr an den Fokus rücken, Investoren werden da vermehrt drauf schauen. Und deswegen finde ich so eine Aktie interessant und kann mir vorstellen, dass die zum Beispiel jetzt in dem aktuellen Jahr durchaus besser performen können als zum Beispiel eine Twitter. Weil man hier eine Technologie hat, die halt etabliert ist, die wird halt genutzt, man hat zusätzlich jetzt den Verstärker durch 5G quasi, also auch sprichwörtlich. Und das sorgt natürlich dafür, dass da auch wieder die Gewinne mehr sprudeln können. Und entsprechend finde ich solche Unternehmen interessant. Verizon gehört für mich auch so ein bisschen in diesen Sektor mit rein. Wir können ja beide mal auch wieder, hier haben wir unsere tolle Möglichkeit des Übereinanderlegens. Und das tun wir auch gleich mal. Und da sieht man nämlich, dass sich die... Schön, immer dieses Leuchten in deinen Augen zu sehen und diese Technologie wieder nutzen kannst. Ja, wobei man hier natürlich sehen muss, klar, die Verizon haben hier besser performt, weil die halt noch stärker fokussierter waren als eine AT&T. AT&T ist auch ein bisschen breiter aufgestellt, aber man sieht zumindest in dem letzten Jahr, dass man hier eine stärkere oder eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung in dem Sektor insgesamt sieht und deswegen sind die Unternehmen für mich durchaus insgesamt durchaus interessant für 2021. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Wert hier auf diesem schon zerknitterten Zettel. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus i3 Harris Technology. Ich hätte es nicht besser sagen können, genau. Das ist ein Unternehmen, die sind, das daraus entstand durch einen Zusammenschluss von i3 Technologies und Harris, die eigentlich ein Rüstungskonzern, wenn man es so will. Ich muss mal schauen, dass ich den hier gerade finde. Genau. L3, sorry, nicht i3, L3 Harris, genau, L3 Technologies und Harris, die sind zusammengegangen, sind sozusagen eine mit der größten Rüstungskonzerne in den USA und das Thema Rüstungsaktien, wir hatten ja auch schon mal Rheinmetall als Thema, wird natürlich zukünftig weiterhin auch ein Thema bleiben. Das geht eher nicht in Richtung wirklich, wie soll man sagen, Massenvernichtungswaffen, sondern geht eher in Richtung Verteidigung, Terrorverteidigung und so weiter. Das heißt, hier geht man eher in Richtung Nachrüstung von bestehendem Militär und das ist ein Thema, wenn man hier halt zum Beispiel nach Europa guckt, ist natürlich auch mal das Thema, dass Deutschland ja auch viel jetzt in die Bundeswehr investieren muss. So ist es auch in den USA. Das heißt, Technologie wird einfach auch modernisiert, die schon vorhanden ist. Man rüstet also nicht de facto wirklich auf, sondern man erhält diesen Status, ob man es jetzt gut findet oder nicht, ist natürlich vollkommen entgegengesetzt zu dem Thema ESG, aber es ist natürlich ein Thema, was berücksichtigt werden muss, wenn man an den Kapitalmärkten ist und weil solche Unternehmen sich oftmals dann eben auch natürlich durch ein, ich nenne es jetzt mal nachhaltig robustes Wachstum eben auch auszeichnen, weil eben immer mehr Staaten natürlich auch aufrüsten oder beziehungsweise nachrüsten und das dafür sorgt, dass eben genau diese Währungsetats oder die Wehretats, die viele Staaten haben, sind eben meistens zweit- oder drittgrößte Etats in den Haushalten und demzufolge ist da einfach sehr, sehr viel Geld in dieser Branche vorhanden und deswegen ist dieses Unternehmen L3 Haralds vertreten für diese Rüstungskonzerne könnten schon interessant sein. Ich denke auch, dass man hier 2021 durchaus natürlich auch mit wieder neu aufkeimender oder neu entfachender, entflammender Konjunkturentwicklung dann auch wieder da auch wieder mehr Leben sehen wird. Also für mich auch so ein bisschen gesagt gleich wie Rheinmetall in Deutschland würde ich auf eine L3 Harris Technology durchaus mal in Auge werfen und aber nur, wenn man unter den ethischen und moralischen Aspekten da investieren will. Ansonsten, wenn man natürlich sagt, nee, man möchte damit nichts zu tun haben, ist auch alles gut, dann würde ich es auch tendenziell nicht machen. Das ist kein Sektor, der sich wirklich aufdrängt, wo man dabei sein muss. Das ist einfach wirklich ein Ort-Economie-Sektor, der durchaus interessant ist. Und ein Unternehmen hatten wir noch vergessen, das habe ich nämlich auf der Liste nicht aufgeschrieben, war zur Rose AG. Stimmt, das steht hier sogar irgendwie, das ist so elegant die sind ja sozusagen in der gleichen Sparte wie Shop-Apotheke zu finden. Die sind ja bekannt unter Doc Morris und ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier gerade den richten kann. Achso, ja genau, jetzt haben wir natürlich hier wieder das Problem, dass es ein Schweizer Unternehmen ist, was entsprechend hier in Deutschland nicht gehandelt wird. Das heißt, weil es natürlich die Querellen zwischen der Schweiz und Europa gab, wurden die Aktien in der MAD-Liste dann halt. Man kann die aber teilweise, glaube ich, noch bei einigen außerbörslichen Anbietern kaufen. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über lang und schwarz, außerbörslich. Glaube ja, kann sein. Und eventuell an der Schweizer Börse. Genau, da sowieso, aber da braucht man, muss man glaube ich mit Steuern gucken. Da fange ich gar nicht jetzt mit an. Ne, genau, Steuerthema immer selber gucken, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal die Schweizer Börse. Man sieht halt auch schon, wie diese Aktien performt haben. Kommt natürlich davon, dass wir ganz klar diese Entwicklung haben. Viele Kunden haben halt den Online-Handel natürlich auch zukünftig oder in der Vergangenheit für Medikamente auch genutzt vermehrt. Und demzufolge haben solche Anbieter wie eben zum Dogmars, zur Rose AG als Trägergesellschaft davon profitiert. Was ganz wichtig war, vielleicht nochmal als Aspekt herausgenommen, dass gerade auch verschreibungspflichtige Medikamente immer mehr über diese Anbieter abgerufen werden können. Weil bisher waren es immer eher verschreibungsfrei. Also das heißt, du konntest halt da irgendwelche Mittelchen holen, die halt nicht vom Arzt verordnet oder per Rezept verordnet werden mussten. Das hat sich geändert. Das heißt, auch dies ist natürlich durch den E-Health, also das heißt, dass man eben über das Internet dann eben auch medizinische Dienstleistungen und Präparate beziehen kann, hat stärker in Anspruch genommen worden. Und das ist eigentlich wirklich der Sektor, der interessant ist. Deswegen glaube ich auch, dass die Unternehmen zukünftig weiter stark wachsen werden. Die werden also mehr in die Breite gehen, sich über die Länder noch mehr positionieren. Und ich würde jetzt den Kursen natürlich auch hier nicht hinterherrennen. Man sieht es einfach, wenn sich ein Wert innerhalb von einem Jahr vervierfacht, ist da viel Fantasie drin. Ich glaube aber, dass es tendenziell perspektivisch weiter aufwärts geht. Die Aktien werden weiter gut laufen. Hier bei Kursrücksetzern auch wieder klassisch eine Position, die man auf die Watchlist packen sollte, wenn man sie nicht hat, wenn man sie hat, einfach halten. Also das sind immer die Aspekte, die wir momentan sehr oft haben, die eine Rolle spielen. Weil wenn Börsen natürlich gut laufen, sind einfach viele Aktien auch gut eingepreist oder GB preist, außer eben wie vorhin Telekommunikation, die einfach so ein bisschen in den Hinterhalt geraten ist oder eben auch Rüstungskonzerne, weil natürlich der Fokus einfach auf andere Technologien lag. Damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Das war's. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Jetzt müssten wir es tatsächlich geschafft haben, dass wir alle Aktien besprochen haben, die eigentlich noch soweit diskussionswürdig beziehungsweise in irgendeiner Form nachgefragt waren. Genau, und ich kann mich komplett aufhören. Es gibt nichts mehr zu besprechen. Genau, in diesem Sinne, wir gehen nach Hause. Ich bedanke mich, dass ihr euch zugeschaut habt und wünsche euch einen neuen schönen Tag. Tschüss. 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 Das war's für heute.